Hallo meine lieben Spiderlinge! Heute geht es wieder um das Thema Bücher und ich weiß, das ist nicht für jeden von euch etwas. Es dauert auch nicht mehr lange, da werden neue True-Crime-Fälle auf meinem Kanal veröffentlicht und vor allem auch regelmäßiger erscheinen. Versprochen! Nun aber erst einmal zurück zum Thema Bücher. Heute der erste Band einer Trilogie, genauer der Hexenschwestern-Saga-Trilogie. Der erste Band trägt den Namen Von Runen und Schatten, hat 480 Seiten und ist in der Ich-Erzähler-Perspektive geschrieben. Es handelt sich hierbei um ein Buch aus dem Bereich Fantasy bzw. schon eher Romantasy. Ja, tatsächlich habe ich das gelesen. Was ist nur los mit mir? Mir ging es vor allem um das überaus bezaubernde Thema Hexen, um welches es hier wohl hauptsächlich geht. Und jeder, der meinen Büchergeschmack kennt, weiß, dass ich an dem Thema Hexen nie vorbeikomme, egal in welchem Buchgenre das Thema schlussendlich auftaucht. So also auch hier. Doch zunächst werde ich euch einmal den Klappentext vorlesen, damit ihr euch auch in etwa vorstellen könnt, worum es überhaupt in diesem Buch geht. Sister of the Stars von Mara Wolf Manche Dinge vermisst man für immer. Vor vier Jahren wurde Vian von einer Sülfe gebissen. Im folgenden Dämonenfieber verlor sie all ihre Hexenkräfte. Um zu überleben, musste sie ihre Heimat und ihre große Liebe Esra Turquil verlassen. Nun kehrt sie geheilt nach Frankreich zurück, das mittlerweile hinter einer riesigen Mauer liegt, die die Welt vor den Dämonen schützt. Vian ist fest entschlossen, sich ihre Magie und Esra zurückzuholen. Vorher muss sie jedoch den jetzigen Großmeister der Magier überzeugen, einen Pakt mit den Dämonen zu schließen. Aber Esra hat seine eigenen Pläne und in diesen kommt Vian nicht mehr vor. Ein magisches Abenteuer voller Gefahren und Romantik in einer Welt, in der Legenden Wirklichkeit geworden sind. Achtung! Diese Rezension könnte tatsächlich oberflächliche Spoiler enthalten. Ich werde hier nur mein Fazit zum Buch erwähnen. Wenn ihr mehr über die Atmosphäre, Weltenaufbau, Charaktere, Schreibstil oder der Spannung erfahren wollt, dann gerne dafür einmal auf meinem Blog vorbeischauen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Auch wenn das Cover eigentlich nicht sonderlich ausschlaggebend für meine Bewertung ist und dies ebenfalls nur am Rande erwähnt wird, so muss ich hier doch noch einmal explizit darauf eingehen. Denn lasst doch mal die nachfolgenden Bilder vom Cover und der Gestaltung innen auf euch wirken. Hm? Na? Wunderschön, oder? Hier lenkt mich die wundervolle Aufmachung des Buches tatsächlich etwas ab und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich verträumt das ganze Buch immer und immer wieder angeschmachtet habe. Ja, ja. Es ist aber auch wunderhübsch. Doch kommen wir nun zum Wesentlichen des Buches. Ja, was soll ich da bloß sagen? Wo soll ich anfangen? Was war das hier? Puh, also nochmal von vorne. Ich habe viel von dem ersten Band der Hexenschwesternsage erwartet und leider konnten meine Erwartungen nicht wirklich erfüllt werden. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel erwartet. Es startet gleich nach dem Prolog eine Art Countdown und allen bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Dämonen alles vernichten könnten. Mit diesem Zeitdruck hätte man eine sehr gute Spannung aufbauen können, hätte. Denn es wird nebenbei lieber tatsächlich, obwohl man dafür auch hätte zaubern können, geputzt, Marmelade eingekocht und Beete von Unkraut befreit. Was man eben so macht, wenn die Welt vielleicht bald untergeht. Das scheint mir persönlich doch sehr unrealistisch und somit wirkt das Buch an manchen Stellen doch etwas langatmig. Denn das Putzen, Joggen und Co. wird tatsächlich öfters ausgeübt. Warum? Immerhin könnte all dies bald keinerlei Rolle mehr spielen. Warum also das Haus noch manuell putzen? Für wen die Zaubermarmelade, wenn bald alle tot sind? Wieso die kurze Zeit nicht sinnvoller nutzen? Nur einige von vielen Fragen, die während des Lesens bei mir aufkarmen. Eigentlich sollte es in diesem Buch, so lässt es zumindest der Titel vermuten, um alle drei Schwestern gleichermaßen gehen. Doch dies ist leider nicht der Fall. Wir begleiten stets und ständig nur die jüngste Schwester Vian. Dadurch erhalten wir leider auch weniger Einblicke in das Leben und die Gefühle der anderen Schwestern oder gar anderer Charaktere. Vian ist jung und naiv und wird auch genau so dargestellt. Ich weiß, dass eine komplizierte Beziehung immer wieder gerne gesehen ist, bei den meisten Lesern. Doch ich persönlich kann gerne darauf verzichten. Leider wurde die Beziehung zwischen Vian und Esra hier sehr schnell sehr toxisch. Immer wieder sagt sich Vian selbst, dass es nun anders werden wird und schon im nächsten Kapitel geht das Spiel dann erneut von vorne los. Esra wird von ihr wie ein Gott behandelt und darf sich alles erlauben. Es gibt hier keine Grenzen. Wirklich keinerlei Grenzen. Dadurch hatte ich schnell den Eindruck, dass Vian sehr abhängig von ihm ist und es ließ sie leider auch sehr schwach und kindlich erscheinen. Im Grunde genommen geht es hauptsächlich nur um die toxische Beziehung der beiden und die anderen Aspekte sind leider nur Nebensache. Ich hätte mir hier eine umgekehrte Verteilung gewünscht. Und dennoch konnte mich zumindest die Nebengeschichte, auch weil es am Ende einen fiesen Cliffhanger gab, packen. Ich wollte unbedingt wissen, wie es nach diesem Countdown weitergeht. Die Idee an sich ist nämlich äußerst gut, genau wie die Hexenthematik und die Geschichte über die Göttinnen. Zwar verhältnismäßig immer noch zu wenig von all dem, aber genug, um mich anschließend umgehend den zweiten Band zuzuwenden. Außerdem hatte ich die Hoffnung, da es sich hierbei um eine Trilogie handelt, dass Vian eine Entwicklung in den nächsten Büchern durchmachen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese toxische Beziehung den Leser aufregen und in etwas hineinsteigern soll. Denn das tut sie durchaus und somit verlangt einem das Buch auch viele Gefühle ab. Es sind nicht nur immer die positiven Gefühle, die ein Buch gut machen. Weiterempfehlung? In diesem Band muss man mit viel toxischer Romantik und das damit verbundene hin- und herrechnen. Die Hauptprotagonistin macht noch keinerlei Entwicklung durch und die magischen Aspekte bleiben vorerst oberflächlich. Es geht also alles eher langsam voran und wird erst einmal Stück für Stück aufgebaut. Typisch für den ersten Band einer Trilogie. Es bleibt noch alles offen und von daher glaube ich, dass es nur noch besser werden kann. Ich kann dem ersten Band, der Hexenschwestern-Saga, leider nur zwei von fünf Spinnchen geben. Alles andere wäre für mich nicht vertretbar. Ich werde dennoch die nächsten Bände lesen und hoffe inständig, dass die Hauptprotagonistin aus ihren alten Mustern fällt und es mehr magische Aspekte in die Geschichte schaffen. Das war mein Fazit zu diesem Buch und ich werde euch bald schon die anderen beiden Bände vorstellen bzw. meine Meinung dazu. Habt ihr das erste Band, der Saga, schon gelesen? Habt ihr es noch vor? Schreibt es mir doch gerne in den Kommentaren. Das war es auch schon wieder von mir aus meiner kleinen Bibliothek und ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Eure Miss Tarantula Eure Miss Tarantula Vielen Dank.